Sie sind meine Nachbarn und ich habe nicht so gut aufgepasst in der Schule, aber eine Sache habe ich mitgerichtet beim Geschichtsunterricht und zwar, dass wenn die Nachbarn dran saniert werden, muss man sich für sie einsetzen. Ich wollte euch nur grüßen, hallo. Okay, wir hoffen, das klappt hier. Okay, das klingt nicht so gut, ne? Entschuldigung. Das war... Ah, da ist noch was drin. Entschuldigung, besser. Ups. Okay, ich singe zwei, na, drei Arten von Liedern. Ähm, das klingt immer noch nicht gut. Es gibt mir mehr Zeit zu erklären, was ich tue. Das ist toll. Also... Entschuldigung. Also ich singe Autofahrerlieder, ähm, und Volkslieder. Und das Lied ist ein norddeutsches Volkslied. Ich hoffe, ihr mögt es. Es heißt O St. Pauli. Es fängt so an. Jetzt hier. Das ist nicht so schwer. Ich mach einmal vor. Jetzt hier. Du hast mich beschützt, als ich betrunken auf die Straße wollte. Als ich vor 20 Jahren herkam, eigentlich, als ich vor 30 Jahren herkam, war ich ziemlich arm. Jetzt bin ich immer noch arm. Oh, St. Pauli, du kennst mich und du machst es mir leichter, nein. Oh, St. Pauli, man fühlt sich wie ein Gewinner, obwohl man nichts erreicht. Oh, St. Pauli, du kennst mich und du kennst mich. Und bloß nicht Ausruhen, nein, niemals ausfühlen. Manchmal denk ich, ich kann mich nicht mehr lange halten. Willst du mich verhalten, oh? Oh, St. Pauli, alles hängt. Oh, St. Pauli, alles hängt. Oh, St. Pauli, ich will es lauter. Oh, St. Pauli, ein letztes Mal. Oh, St. Pauli, du ehlendes Miststück. Kriegst mich nicht klein, alle singen. Oh, St. Pauli, wenn ich wepp bin, wirst du immer noch da sein.